Heute melde ich mich von der 10. Braunschweiger Saatgutböhre, organisiert vom VIN. Ursula Reinhardt, auch als Tomaten-Oschi bekannt, hat mir einen Meta-Tisch freigehalten. Wir hatten viele spannende Gespräche miteinander und auch mit unseren Gästen. Ich hatte da nochmal einen Online-Shop auf dem Lied, beziehungsweise beim VIN gibt es dann auch eine Seite, da kannst du dann durch alle VIN-Halter, Reichblattsalat, der rote, da ist er, genau. Ich war auch die Erste, die Jakon-Cirik gemacht hat. Das ist nicht so magend zu kaufen. In der Frucht so zu kaufen. Und da schmeckt das wie Obst. Hat aber die Konsistenz von der weichen, von Rappen und Rappen. Das hast du nicht, jetzt müssen wir es noch machen. Auch alles Robin war bei dir, alles Leidenschaft. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch mit dabei bist.